Diese hier angebotene 3-Zimmer-Wohnung ist ab August 2013 zur Zwischenniete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf-Pempelfort. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 75 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 1290 Euro. Kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017